Wir stellen dir heute verschiedene Übungen gegen Schmerzen in den Beinen vor, die sehr nützlich sind und oft schnelle Erleichterung bringen können. Wenn durch hohe Belastung im Alltag, Krampfadern, zu viel Sport oder aus anderen Gründen deine Muskeln stark strapaziert werden und folglich Schmerzen in den Beinen auftreten, sind diese Übungen zusätzlich zu anderen Maßnahmen ausgezeichnet. Oft werden Schmerzen in den Beinen von Symptomen wie Erschöpfung, Juckreiz und Müdigkeit begleitet. In seltenen Fällen kann es auch zu einem Kribbelgefühl und anderen Beschwerden kommen. Wenn die Schmerzen in den Beinen durch sportliche Aktivitäten entstehen, sind meist keine Begleiterscheinungen vorhanden. Bei zu hoher Belastung kann es jedoch zu Abnutzungserscheinungen und einer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit kommen. Massagen und andere Therapien können ebenfalls von großem Nutzen sein, um die Schmerzen in den Beinen zu lindern. In Kombination mit Dehnungsübungen wirst du noch bessere Resultate erzielen. Diese vier Übungen können zu jeder Zeit an jedem Ort ausgeführt werden und sind sehr effektiv. Folgende Bewegungsformen sind in diesem Fall besonders zu empfehlen. Lesetipp 5 Übungen für geistige Stärke Mit denen du deine Sorgen besser bewältigen kannst Diese Yoga-Übung fördert die Durchblutung der Beine und entspannt die Blutgefäße. Man kann damit einen Blutstau im Körper verhindern. Folglich können damit auch Schmerzen gelindert werden. Was du benötigst Kissen kleiner als 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down Binde Strich größer als Google Tag. CMD Push Function Google Tag Define Slot 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down. 300 250 336 280 DIVGPTA D1503391790647-0 SETTARGETING RED FOLTS SETTARGETING SECTION 2 SETTARGETING URL 4 Übungen gegen Schmerzen in den Beinen SETTARGETING TOPIC REMEDIES SETTARGETING MAFIL TYPE GET MRFP ZCLIP SETTARGETING TRUE TRUE ADSERVICE Google Tag PUBATS Google Tag ENABLED SERVICES Google Tag DISPLAY DIVGPTA D1503391790647-0 Wie du die Übung ausführst Das Kissen auf den Boden vor die Wand legen. Setze dich seitlich an die Wand und führe die Schulter so zum Boden. Dass sich der Po ganz an der Wand befindet. Wenn du die Beine nach oben streckst. Du kannst jetzt die Beine auf und ab bewegen und dir dazwischen eine Minute mit den Beinen an der Wand gönnen. Wiederhole die Übung fünfmal. 2. Heben und Senken der Beine Diese Yoga-Übung fördert die Durchblutung der Beine und entspannt die Blutgefäße. Man kann damit einen Blutstau im Körper verhindern. Folglich können damit auch Schmerzen gelindert werden. Auch diese Übung ist ausgezeichnet gegen Schmerzen in den Beinen. Denn damit werden verschiedene Muskelgruppen gleichzeitig gedehnt. Schmerzen entstehen häufig durch verkürzte Muskeln. Deshalb ist es so wichtig, diese zu dehnen. Was du benötigst Yoga-Matte wie du die Übung ausführst Lege dich auf deine rechte Seite. Die Beine werden leicht angewinkelt. Stütze deinen Oberkörper mit der Hand oder auch mit dem Arm. Wenn das für dich angenehmer ist. Spanne deine Bauchmuskeln an. Während dein oberes Bein anhibst und anschließend wieder senkst. Wiederhole diese Übung 20 mal auf beiden Seiten. 4. Der Vogel Auch diese Übung ist ausgezeichnet gegen Schmerzen in den Beinen. Denn damit werden verschiedene Muskelgruppen gleichzeitig gedehnt. Schmerzen entstehen häufig durch verkürzte Muskeln. Deshalb ist es so wichtig, diese zu dehnen. Mit dieser Übung kannst du dich entspannen und gleichzeitig verschiedene Muskeln dehnen. Um Schmerzen in den Beinen zu lindern. Vergiss nicht, dass diese Übungen regelmäßig praktiziert werden müssen. Wenn man damit erfolgreich sein möchte, nimm dir jeden Tag 10 Minuten Zeit, um die Schmerzen in den Beinen zu lindern. Bilder freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Urheberrecht WikiHau. Komm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020